Ab die durch die Türe und die Leute abknallen. Achso, ich dachte, ich hätte die Pistole ausgewählt. Habe ich aber gar nicht. Guck mal, da haben wir einen Sniper, bei was ich mal nachladen kann. Irgendwie sieht manchmal die Animation aus, als würde die lecken oder sowas. Oh Mann! Aua! Was ist das denn? Das tat weh. Gut, dass wir ja so viel grünes Kraut haben. Der will nicht sterben. Kannst du jetzt auf der anderen Seite mal sterben? Wie lange will ich denn das noch halten, das Streichholz? Mach auf und es gibt nichts weiter. Okay, das ist auch nicht die Möglichkeit, das zu klären. Jetzt, ich habe es so gewollt. Oh Mann, ich dachte, ich hätte es geschafft. Ups, das war ein bisschen viel Explosion. Nicht mein Problem. So, hier soll ein Speichersprung dahinter sein. Wo kommen eigentlich die Bogensteine auf einmal her? Keine Ahnung. Ah, ich wusste es doch, da berichtet sich irgendwas. Und das hieß nicht ich. Ah, Team P. Sag mir nicht, ich bin doch jetzt gleich in der Krankenstation. Das würde mir nicht passen. Aber mal sieht das aus wie die Krankenstation. Oh ja, das sieht so verdammt nach Krankenstation aus. Oh nein. Ich bin angekommen, wo ich nie hin wollte. Das kann doch nicht die Krankenstation sein. Jetzt erzähl nicht, dass die Krankenstation ist. Die Tür hier vorne war zu, ne? Warte mal, ich weiß nicht, ich kann hier durchgehen. Ach so, ich habe die da mitgeöffnet. Ach so, ich habe die da mitgeöffnet. Oh nein. Wie bin ich hier hingekommen? Das kann nur alles ein Scherz sein. Warte mal, wir haben den Raum hier ein. Links kann ich gehen. Ich hasse die Viecher. Die Viecher hassten mich. Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Da sind sie. Diese ekelhaften Viecher. Aber mir fehlt irgendwas. Ich dachte, das wäre das Ende dann. Hm, 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 hm. Tja, okay. Ach so, ja. Welche Tafel umdrehen. Mhm. Sieht das nicht wunderschön aus? Was, wie, ich will mich jetzt schon töten. Das hat auch noch so einen hässlichen Sound. Ich ziehe doch noch verdammt hässlich ab. So, und jetzt verbrennen wir dich. Das hat Parasiten in sich. Das hat Parasiten in sich. Und wir können dafür uns gleich... Ja, dafür können wir uns gleich was holen. Das ist, wie ich immer noch lebe. Das ist, wie ich immer noch lebe. Das ist, wie ich immer noch lebe. Ah, wir haben es geschafft. Das hat auch viel Munition gekostet. Da haben wir es ja. Was? Man. Da. 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 Ja, da habt ihr es gelesen. Art Egel. Komm, tödlich. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nee. Gegen solche Viecher tun wir jetzt... ...ein bis zweimal kämpfen, ja. Ja, hier wartet direkt der nächste Vollspacke auf mich. Ich habe auch nicht mehr viel Schuss. Ah, dreh dich schon mal auf die Türen. Komm, steh auf. Ah, verdammtes Mistviech. Soll stehen. Ja, reicht das hier? Jawohl, das reicht ihm. Ja, die Munition ist echt gut. Ja, ich habe das. Und ich gehe da auch eigentlich nur freiwillig rein. Um was zu holen, was... Noch nicht, nein. Auch noch das will ich noch nicht machen. Nämlich, ich muss hier gleich... ...zugefroren, ja. Das ist das Teil, was mich... ...gleich etwas besser dastehen lässt. Hässliche Armee. Schön, ich kann es mir direkt holen. Das war ein Super. Eww, Mann. Geht mir das. Da seht ihr die Blutegel. Oh, Mann. Bitte jetzt jeden Einzelnen. Und tschüss. Das war Nummer eins. Ja, wenn, dann mal die Karte. Was für ein Zufall, wir kriegen die Munition. Geht mir eben... Na, wie heißt der? Ach, es ist nur Smaragdor. Verdammt, ich treffe aber auch immer daneben. So ein Millimeter. Aber eigentlich wundert mich, dass ich den Feuer nicht so gut getroffen habe. Ich hasse diese Ebene. Jetzt stellt euch mal vor, ihr macht das zum ersten Mal. Und ihr kämpft, und ihr kämpft, und ihr kämpft, und ihr kämpft. Versucht da auch irgendwie durchzukommen. Das war doch leider nicht das Krankenhaus. Oh. Anscheinend kann ich erst mal wieder umsatelliten. GP-Munition direkt nachladen. Ist zwar immer noch nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ja, guck mal da. Schon ein tolles Spielzeug. Du kommst auch noch mit. Tschüss. Sag ja, was gibt es geil aus? Ich bin einfach. Was? Okay. Ich wollte hier nicht reinkommen. Oh doch, er will reinkommen. Okay, bei mir wäre das, äh, in der, äh, also bei mir in der Erinnerung ist es so, dass es direkt das Ende kommt, aber anscheinend kommen die nochmal am Ende. Hm. Das kann doch noch nicht gewesen sein mit der Station. War doch. Was? Hey, guck mal an, was wir gefunden haben. Wir haben nochmal ein Kraut fertiggestellt. Ah ja, jetzt kommt nochmal das Ziehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Na, wie so fett nachgewichtigt. Ganz ehrlich. Ey, ich schieß doch auf seinen Kopf, Mann. Wiedersehen. Freude. Ja, ich bin doch vor ihr. Was ist denn mit ihr? Ich bin ja Elektro-Purzler. Das ist jetzt schon voll unsympathisch. Die haben ja direkt einen Elektro-Schöcker gegeben, wenn ich durch seine Tür komme. Kommen alle mit. Weg. Weg. Ja. Natürlich. Natürlich. Ich sag ja natürlich, ne. Aber Munition? Ja, Fremdfurt. Unhöflich. Richtig unhöflich. Toll, ich hab mal die ganze Schrauflinnen-Munition verurteilt. Für hin. Las Plagos. Ich hab's nochmal mit meiner Pistole jetzt mal gucken. Ob ich da komm. Ja, warte mal, komm jetzt nicht nochmal ein Teil des Krankenhauses. Hab ich jetzt schon keine Lust an. Ich mein, ich hab jetzt ne Chance wieder. Trotzdem. Gegen diese Fliecher will ich immer nicht freiwillig kämpfen. Da kannst du noch so ein... John Rumbo sein, oder was weiß ich. Ich hab hier auch mal wieder einen Speicherpunkt. Tatsächlich. Hier ist ein... Speicher... Oh, schön. Ein bisschen Kraut für uns. Ist das nicht toll? Ping. Especially. Ich kriege dir noch schnell. H unite? Ich kann nicht mehr, bis zu welchen Streusenden. Ich kann nicht mehr.